Versunkene Rhabarberkuchen. Dafür den Rhabarber waschen, in Stücke schneiden, mit Stärke mischen zur Seite stellen, die Butter mit dem Salz schaumig aufschlagen, den Zucker dazufügen, außerdem die Eier, Mehl und Backpulver mischen und abwechselnd mit der Milch zu einem cremigen Teig verarbeiten. Den Teig in eine Springform geben, die Rhabarberstückchen oben drauf und nun darf er bei 200 Grad Ober- und Unterhitze 35 Minuten backen. Stäbchenprobe nicht vergessen, kurz auskühlen lassen und nun zeige ich dir den Anschnitt. Das ganze Rezept inklusive des ausführlichen Videos findest du auf meinem YouTube-Kanal, also bitte abonnieren, like nicht vergessen. Bis dann, deine Silke.